Dienerschaften mit Windlichtern warteten schon und schritten voran, als die Prinzessin die breite vom ersten Podest an doppelarmige Treppe hinaufstieg, um oben ihre nicht allzu zahlreichen Gemächer in dem von zwei Türmen flankierten Mittelteile des Schlosses zu beziehen. Diese Türme standen in zwei scharfen Ecken, die durch die vorspringenden Seitenflügel gebildet wurden, zwischen denen wiederum eine die Verbindung herstellende Kolonnade lief. Auf dem ersten Podest, und zwar auf einem da selbst aufgestellten kleinen Rokoko-Kanape, nahm die Prinzessin, asthmatisch wie sie war, einen Augenblick Platz und entließ dann die Herren und Damen ihres Gefolges mit der Aufforderung, sich's in ihren Turmzimmern nach Möglichkeit bequem zu machen. Um sieben, so setzte sie zu Holk-Gewand hinzu, sei wie gewöhnlich die Teestunde. Pastor Schleppe-Grell und Frau kämen allerdings etwas früher, um ihr die Hilleröder Neuigkeiten mitzuteilen, worauf sie sich aufrichtig freue. »Kleinstädtische Vorgänge seien eigentlich immer das Interessanteste. Man müsse so herzlich darüber lachen. Und wenn man alt geworden, sei das Lachen über seine lieben Mitmenschen so ziemlich das Vergnüglichste, was man haben könne.« Nach diesen gnädigen Worten trennte man sich, und eine halbe Stunde später konnte jeder, der über den Schlosshof ging, deutlich erkennen, welche Zimmer von den Neuangekommenen bezogen worden waren. In dem von der Prinzessin selbst bewohnten ersten Stockwerke des Gordelogie sah man nur zwei hohe, gutische Fenster, schwach erleuchtet, während die beiden flankierenden Türme bis hoch hinauf in hellem Lichterglanze standen. Im Wesentlichen war alles bei den ersten von der Prinzessin gegebenen Anordnungen geblieben. Unten wohnten die Dienerinnen, in der ersten Etage die beiden Hofdamen, über der Schimmelmann Penz und Erichsen und über Ebba Holk. Sieben Uhr rückte heran. Die Schlossuhr schlug halb, als das schleppegrellische Ehepaar, eine Magd mit einer Laterne vorauf, von Hilleröd her über den Schlosshof kam. Bald danach rüstete sich auch Holk. Unten im Flur des von ihm bewohnten Rechtsturmes traf er Ebbas Jungfer und beinahe Freundin Karin, eine Stockholmerin, von der er erfuhr, dass das Fräulein schon bei der Prinzessin sei. Der noch zurückzulegende Weg an der halben Front des Hauptgebäudes hin war nur kurz, und als Holk eine Minute später die Treppe hinauf war, trat er in eine hohe Halle, die, solange sich die Prinzessin in Fredericksburg auffiel, als Empfangs- und Gesellschaftszimmer diente. Nach dem Schlosshof, wie rückseitig nach dem Park hin, hatte diese Halle nur eine schmale Front. Trotzdem war es ein großer Raum, weil er an Tiefe ersetzte, was ihm an Breite abging. In der Mitte der einen Längswand befand sich ein hoher Renaissance-Kamin und über demselben ein überlebensgroßes Bildnis König Christians IV., der Schloss Fredericksburg seinerzeit sehr geliebt und diese Halle ganz wie die Prinzessin jetzt allen anderen Räumen im Schlosse vorgezogen hatte. Links neben dem Kamin standen Körbe, teils mit großen Holzscheiden, teils mit Tannäpfeln und Wacholderzweigen gefüllt, während zur Rechten außer einem mächtigen Schüreisen ein paar Kienfackeln lagen, die den Zweck hatten, spätabends beim Aufbruch über die dunklen Korridore hin den Gästen zu leuchten. Alles in der Ausschmückung der Halle war noch halb mittelaltrig, wie die Halle selbst, über deren Paneelen des König Christians Porträts über dem Kamine zu geschweigen, große, stark nachgedunkelte Bilder sichtbar wurden. Weit zurück stand ein Schenktisch, die sonst üblichen hohen Stühle fehlten und statt ihrer war eine Anzahl moderner Foteus um die Feuerstelle herum gruppiert. Holg schritt auf die Prinzessin zu, verbeugte sich und sprach ihr aus, wie schön er die Halle fände. Darin müsse sich ein wunderbares Julfest feiern lassen. Alles sei da, nicht bloß große Kienfackeln, sondern auch Tannäpfel und Wacholder. Die Prinzessin antwortete, dass sie solche Feier auch vorhabe. Weihnachten in Fredericksburg sei ihr der beste Tag im Jahr. Und nachdem sie noch ein paar weitere Worte gesprochen und schon für den nächsten Tag eine Art Julforfeier angekündigt hatte, forderte sie die Frau Pastorin Schleppe grell auf, an ihrer Seite Platz zu nehmen. Die Pastorin war eine kleine, dicke Frau mit aufgesetztem schwarzen Scheitel und roten Backen, überhaupt von großer Unscheinbarkeit, aber nie darunter leidend, weil sie zu den Glücklichen gehörte, die sich gar nicht mit sich selbst und am wenigsten mit ihrer äußeren Erscheinung beschäftigten. Ebba hatte dies gleich herausgefühlt und eine Vorliebe für sie gefasst. »Wird es Ihnen nicht schwer, liebe Frau Pastorin«, so wandte sie sich an diese, »sich einen ganzen Abend lang von Ihren Kindern zu trennen?« »Ich habe keine«, sagte dies und lachte dabei so herzlich, dass die Prinzessin fragte, was es eigentlich sei. Da gab es denn eine allgemeine Heiterkeit, in die schließlich auch Schleppe grell mit einstimmen mußte, trotzdem er sich, weil ihn die Komik in erster Reihe mittraf, ein wenig unbehaglich dabei fühlte. Holck, dies wahrnehmend, hielt es für seine Pflicht, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben und fragte leicht und wie von ungefähr nach dem Porträt über dem Kamin. »Ich sehe, dass es König Christian ist.« So begegnete man ihm nicht. Und so kann von einem besonderen Interesse kaum die Rede sein, aber desto mehr interessiert mich die Frage, von wem es herrührt. Ich würde einen Spanier vermuten, wenn ich nur wüsste, dass wir jemals einen spanischen Maler in Kopenhagen gehabt hätten. Schleppe grell wollte Rede stehen, aber Eppa schnitt ihm das Wort ab und sagte, »Das geht nicht, dass wir, wenn nun mal über Kunst und Bilder gesprochen werden soll, mit einem Bilde König Christians beginnen. Auch wenn es wirklich von einem Spanier herrühren sollte, was ich bezweifeln möchte, genauso wie Graf Holck, mit dem ich mich wenigstens in Kunstsachen öfters zusammenfinde. Lassen wir also den unvermeidlichen König. Ich meinerseits erführe lieber, und dabei zeigte sie nach der Wand gegenüber, wer die beiden da sind, der Alte mit dem Spitzbart und die vornehme Dame mit der weißen Kapuze. Der mit dem Spitzbart ist Admiral Herr Luftholle, derselbe, von dem unser König Frederik II. dies Schloss hier in Kauf und Tausch nahm, und es dann Frederiksborg taufte nach seinem eigenen Namen. Von dem alten Schloss blieb kein Stein auf dem anderen, und nichts wurde mit herübergenommen als diese Schildereien hier, rechts und links, die den großen Seesieg bei Öland unter Admiral Herr Luftholle verherrlichen, und mit den Schildereien zugleich die dazwischenhängenden Bildnisse von Herr Luftholle selbst und von Brigitte Gogie, seiner Eheliebsten, die wegen ihrer protestantischen Frömmigkeit fast noch gefeierter war als ihr Gemahl. Was, wenn sie wirklich so fromm war, niemanden überraschen darf, sagte Penz mit Emphasen, denn so gewiss es mir ist, dass Schauspielerinnen und Fürsten geliebte die populärsten Erscheinungen sind, gleich nach ihnen kommen die Frommen, und mitunter sind sie sogar um einen Schritt voraus. Ja, mitunter, lachte Ebber, mitunter, aber selten. Und nun, Pastor Schleppe grell, was ist es mit dieser Herr Lufthollischen Seeschlacht? Ich fürchte zwar, dass sie gegen meine lieben Landsleute, die Schweden, geschlagen wurde, jedenfalls aber den Kostümen nachzuschließen in einer vorrosenbergschen Zeit, und so sehe ich denn meinen Patriotismus nicht allzu direkt herausgefordert über die Seeschlachten. Seeschlachten sind immer etwas, wo Freund und Feind gleichmäßig ertrinken, und ein wohltätiger Pulverdampf über allem derart ausgebreitet liegt, dass ein Plus oder Minus an Toten, was man dann Sieg oder Niederlage nennt, nie festgestellt werden kann, und nun gar hier, wo wir zu dem Pulverdampf auch noch die dreihundertjährige Nachdunkelung haben. Und doch, sagte Holk, scheint mir noch alles leidlich erkennbar, und wenn wir nachhelfen, aber freilich, wo das nötige Licht dazu hernehmen. Oh, hier, sagte die Prinzessin und wies auf die Stelle, wo die Kienfackeln lagen. Es wird etwas Blag geben, aber das steigert nur die Illusion. Und wenn ich mir dann sage, dass unser Pastor und Cicero vielleicht seinen guten Tag hat, so werden wir die Seeschlacht noch mal wie miterleben. Also schleppe Grell ans Werk, und tun Sie Ihr Bestes, da sind wir einem Historiker vom Rang Holks schuldig. Und vielleicht bekehren wir ihn auch noch aus dem Schleswig-Holsteinismus in den Darnismus hinüber. Alles stimmte zu, während Penz mit zwei Fingern einen leisen Beifall klatschte. Schleppe Grell aber, der Bilderkustode von Passion war, nahm eine der großen Kienfackeln und fuhr damit, nachdem er sie angezündet, über die linke Bildhefte hin, auf der man nun in düsterer und doch greller Beleuchtung, die Segel zahlloser Schiffe, Flacken und Wimpel und vergoldete Gallions, dazu die weißen Wogenkämme, nichts aber von Schlacht und Pulverdampf erkennen konnte. »Das ist aber doch sicher keine Schlacht«, sagte Ebba. »Nein, aber die Vorbereitung dazu. Die Schlacht kommt erst. Die Schlacht ist an der anderen Seite, gleich rechts, neben der Brigitte Gohe. »Ah«, sagte Ebba, »ich verstehe, ein Doppelschlachtbild, Anfang und Ende. Nun, ich bin Auge und Uhr. Und immer, wenn ihr Kinspanen an dem Schiffe vorbeifährt, daraufher Herr Lufthrolle kommandiert, dann muss ich bitten, ihm oder auch mir eine Viertelminute zu gönnen, damit ich ihm Referenz machen und mir sein Bild auch in mitten der Schlacht einprägen kann.« »Das wird dir nicht glücken, Ebba«, sagte die Prinzessin. »Herr Lufthrolle steckt viel zu sehr im Pulverdampf oder ist in der Nachdunkelung untergegangen und du musst dir an seinem regelrechten Porträt da genug sein lassen. Aber nun beginnen Sie, schleppe Grell, und treffen Sie's im Maß, nicht so kurz, daß es nichts ist und nicht so lang, daß wir uns ängstlich ansehen. Holk ist ein Kenner, Gott sei Dank einer von denen, die den Erzähler nicht befangen machen. Er weiß, Kunst ist schwer.« Unter diesen gnädigen Worten war schleppe Grell wieder an den Kreis der um den Kamin versammelten herangetreten und sagte, »Gnädigste Prinzessin, befehlen, und ich gehorche. Was wir da sehen oder vielleicht auch nicht sehen,« und er wies auf die zweite, nicht einmal vom Widerschein des Feuers getroffene Hälfte des großen Wandbildes, »Was wir da sehen, ist der entscheidende Moment, wo der Makellos in die Luft fliegt.« Der Makellos, ja, der Makellos, das war nämlich das Admiralsschiff der Schweden, die gerade damals trotz ihres irrsinnigen Königs, denn es waren die Tage von König Erich XIV., auf der Höhe ihrer Macht standen und gegen die Schweden und ihre Flotte, die sehr stark und überlegen war und neben dem Makellos auch noch andere große Schiffe hatte, gegen diese schwedische Flotte, sage ich, gingen die Unsrigen unter Segel und der, der sie kommandierte, war unser großer Herr Luftrollen und als sie aus der Kjögebucht heraus und auf hoher See waren, segelten sie scharf östlich auf Bornholm zu, wo Herr Luftrollen die schwedische Flotte vermutete, die lag aber nicht mehr bei Bornholm, sondern vor Strahl-Sund und der Admiral Jakob Backe und kaum das Jakob Backe vernommen, dass die Dänen ihn suchten, so gab er auch seinen Anker Grund vor Strahl-Sund auf und fuhr nordöstlich, um sich dem Feinde zu stellen und kurz vor Öland trafen beide Flotten aufeinander und eine dreitägige Schlacht, wie sie die Ostsee noch nicht gesehen hatte, nahm ihren Anfang und am dritten Tage war es, als ob der Sieg den schwedischen zufallen solle. Da rief Herr Luftrollen, dessen eigenes Schiff übel zugerichtet war, seinen Unteradmiral, Otto Ruth, und gab ihm Befehl, es koste, was es wolle, den Makellos zu entern. Und Otto Ruth war auch zufrieden und fuhr an den Feind. Aber kaum, dass sein Schiff, das nur klein war, die Enderhaken geworfen hatte, so ließ Admiral Jakob Backe das ganze Segelwerk des Makellos beisetzen, um so mit fliegenden Segeln das kleine dänische Schiff, das sich an ihn gehängt hatte, mit in die schwedische Flotte hineinzureißen. Das war ein schwerer Augenblick für Otto Ruth, aber er ließ von dem Sturm auf die Enderbrücke nicht ab und als etliche von den Unsern drüben waren, schoss einer eine Feuerkugel in die Rüstkammer und als das Feuer, das ausbrach, auch die Pulverkammer ergriff, ging der Makellos mit Freund und Feind in die Luft. Und Klaus Flemming übernahm das Kommando des Schwedischen und führte den Rest der Flotte nach Stockholm hin zurück. Eine kurze Pause folgte, dann sagte Holk, der eigentliche Held der Geschichte scheint mir aber Otto Ruth zu sein, indessen ich will darüber nicht streiten. Herr Luftrolle wird wohl auch sein Teil getan haben und ich möchte nur noch fragen, was wurde aus ihm und wie war sein Ende? Wie sich's ziemt, er starb das Jahr darauf, an einer in einer Seeschlacht hart an der Küste von Pommern erhaltenen Wunde. Die Wunde war an sich nicht tödlich, aber es war jener merkwürdige Krieg, wo jeder, der eine Wunde davon trug, schwer oder leicht an dieser Wunde sterben mußte. So wenigstens steht's in den Büchern. Penz sprach von vergifteten Kugeln, aber Ebba wies das zurück, Schweden sei kein Giftland und wollte nach so viel Heldischem lieber etwas von Brigitte Gouje hören, von der Pastor Schleppe-Grell ja ohnehin schon gesagt habe, dass sie fast gefeierter gewesen sei, als ihr Seeheld und Gemahl. Ich seh nicht ein, warum wir uns immer um die Männer oder gar um ihre Schlachten kümmern sollen. Die Geschichte der Frauen ist meist viel interessanter und vielleicht auch in diesem Falle. Was war es mit dieser Brigitte? Sie war sehr schön. Das scheint im Namen zu liegen, sagte Ebba und sah zu Holk hinüber. Aber Schönheit bedeutet nicht viel, wenn man tot ist. Und wurde durch eben ihre Schönheit, fuhr Schleppe-Grell unerschütternd fort, die Stütze der neuen Lehre, so dass einige sagen, ohne Brigitte Gouje wäre Dänemark in papistischer Finsternis geblieben. Schrecklich! Und wie kam es anders? Es war die Zeit der Befehlungen um Glaubenswillen und unserem um diese Zeit schon in der neuen Lehre stehenden Volke standen der dänische Adel und die dänische Ruhegeistlichkeit gegenüber, vor allem Joachim Rönno, Bischof von Röskilde, der den Brand austreten und die kleineren und ärmeren lutherischen Geistlichen, soviel ihre auch schon waren, aus dem Lande jagen wollte. Da trat Brigitte Gouje vor den Bischof hin und bat für die bedrängten Lutherschen und, dass sie bleiben dürften. Und weil ihre Schönheit den Bischof rührte, so nahm er den Befehl zurück und sein Herz und seine Seele waren so getroffen, dass er bei Mogen Gouje, dem Vater Brigittens, um ihre Hand warb und sie zu seinem Weibe machen wollte. Nicht möglich, sagte die Prinzessin, ein katholischer Bischof. Schleppe Grell lächelte, vielleicht, dass er aus der neuen Lehre dies eine wenigstens mit herübernehmen wollte, just so wie drüben in England. Jedenfalls aber haben wir Berichte, die von der Werbung um das schöne Fräulein mit einer Ausführlichkeit sprechen, als ob es schon die Hochzeitsfeierlichkeiten gewesen wären. Und es kam nicht dazu? Nein, es zerschlug sich und sie nahm schließlich den Herr Lufthroll. Da tat sie recht, nicht wahr, Ebba? Vielleicht, gnädigste Prinzessin, vielleicht auch nicht. Ich bin eigentlich nicht für Bischöfe. Wenn es aber Ausnahmebischöfe sind, wie dieser von Röskilde, so weiß ich nicht, ob sie nicht im Range noch über die Seehelden gehen. Ein Bischof, der heiraten will, hat neben dem Imponierenden, das da liegt, auch etwas Versöhnliches und scheint mir fast die ganze Beilegung des Kirchenstreites zu bedeuten. Die kleine Pastorsfrau war entzückt und näherte sich Ebba, um dieser eine kleine Liebeserklärung ins Ohr zu flüstern. Aber ehe sie dazu kommen konnte, veränderte sich die Szene. Gedeckte Tische wurden durch eine niedrige, ganz im Hintergrunde befindliche Seitentür hereingetragen und als gleich danach auch doppelarmige, mit Lichtern reich besetzte Leuchter aufgestellt wurden, erhellte sich die bis dahin ganz im Dunkel gelegene zweite Hälfte der Halle, was nicht bloß dem gesamten Raume, sondern vor allem auch dem großen Wandbilde samt den dazwischen eingelassenen Porträtbildnissen erheblich zustatten kam. Pinz war es, der zuerst diese Wahrnehmung machte. Sehen Sie, Holk, wie Brigitte Goje lächelt? Alle Brigitten haben so was Sonderbares, auch wenn sie fromm sind. Holk lachte. Die Tage, wo solche Bemerkungen ihn hätte verlegen machen können, lagen zurück. Oberm Untertitelung des ZDF, 2020